Moin Leute was geht hier ist wieder euer Geist. Heute habe ich ein Valorant Video für euch in dem ich euch 8 Wallbank Spots zeigen möchte auf dem Map 7 und Split die ich persönlich feier. Ich hoffe euch wird das Video gefallen Leute und wenn ihr in Zukunft noch mehr Valorant Content sehen möchtet schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke um immer up to date zu sein. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Der letzte Gegner ist beseitigt. 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 Okay, noch mal Pause, Leute. 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 Okay, noch mal Pause. Okay, noch mal Pause.